Heute schauen wir uns einfach mal an, wie können wir eine STL-Datei bearbeiten. Das ist unsere Ausgangsdatei und unsere Zieldatei wird dann so aussehen, wir haben dann eine neue Ebene drunter gesetzt, die dann verbunden ist und wir modifizieren das Ganze noch mit einem Loch durch. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch wie immer super viel Spaß und dann legen wir einfach mal direkt los. Ach ja, und am 14.4. habe ich ein kleines Event für euch, aber dazu die Tage im Meer. So, dann schauen wir uns heute einfach mal einen Weg an, wie wir STL-Dateien sauber in Fusion 360 bearbeiten können. Und wir kennen ja bereits den klassischen Weg, was eigentlich immer notwendig oder was immer gut funktioniert hat, wenn es nicht zu viele Facetten waren. Und das war einfach mal diese Flächengruppen generieren. Dann sehen wir die Flächengruppen hier und dann probieren wir das hier immer in ein Netz zu konvertieren und probieren das Ganze einmal zu übernehmen. Jetzt kriegen wir hier unten die Fehlermeldung, es ist eigentlich viel zu viele Netze und ich denke, er wird jetzt, oh, er hat die Form doch noch sauber übernommen. Aber wir schauen uns heute mal an dem Beispiel an, was tun wir eigentlich, wenn wir was nachbearbeiten wollen. Aber es ist einfach, naja, mehr als das, was wir hier haben. Zum Beispiel, lass das 100.000 Flächen sein. Und wir wollen da was nachbearbeiten. Okay, wir haben hier oben so einen Einsatz, um eine GoPro reinzusetzen. Und das wollen wir jetzt hier unten einmal abschneiden und dann unten eine neue Platte draufmachen mit ein paar Bohrlöchern, dass wir die auch wohin montieren können. Okay, das heißt, als allererstes müssen wir uns einmal diese Platte ausdenken und dann müssen wir diese Platte mit dieser STL-Datei vereinbaren. Und außerdem möchte ich noch gerne haben, dass von hier oben in der Mitte ein Loch durchläuft. Einfach, dass wir uns das hier auch nochmal anschauen. Dafür wechseln wir als allererstes in den Volumenkörperbereich und wollen eine neue Skizze anlegen. Jetzt haben wir natürlich hier den perfekten Fall, dass unsere STL-Datei flach auf dem Ursprung liegt. Sollte dies nicht der Fall sein, habt ihr die Möglichkeit, natürlich über Netz, Netzverschiebene, das Ganze hier zu verschieben. Und je nachdem, wie der Export gelaufen ist, von wo auch immer das herkommt oder wie auch immer diese Datei aufgebaut ist, könnte man jetzt einfach zum Beispiel diesen Punkt an der Seite an den Ursprungen legen und hätte damit eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann ziemlich gut passt. Genau. Also wir schauen uns jetzt erstmal an, wie wir so eine Bohrplatte machen. Aber ich denke mal, das sollten wir hinbekommen. Das heißt, ich lege jetzt hier meine Skizze an und ziehe mal hier mein Rechteck auf. Das Rechteck soll jetzt hier so aussehen. So hier, ich bemaße das Ganze nochmal. D für die Bemaßung natürlich 40 mm. Und nochmal D für die Bemaßung. Das Ganze soll eine Breite haben von 50 mm. So. Jetzt haben wir ein bisschen die Herausforderung, dass das mittig liegt, aber das ist nur eine kleine Herausforderung. Wir sagen einmal L für Linie, oben, links, nach unten, rechts verbinden. Markieren diese Linie einmal mit X und können jetzt sozusagen eine, ja, den Mittelpunkt der Linie in den Ursprung legen. Das heißt, wir gehen auf die Abhängigkeit Mittelpunkt, wählen das Ganze mal aus und legen das in den Ursprung rein. Jetzt werde ich das hier sogar noch 70 mm haben, dass ich ein bisschen Platz habe für meine Bohrungen an den Seiten. Das sieht sehr gut aus. Dann gehe ich hin und sage einmal C für Kreis und setze hier einmal meinen Kreis ein, wieder D für die Bemaßung und dann sagen wir hier 6 mm. Jetzt sagt ja Lars, hey, das ist das hier, D, E, L, X. Das sind halt die Fusion 360 Abkürzungen, oder heißt nicht mal Fusion 360, das ist ja nur noch Fusion, Abkürzungen, die wir hier immer wieder finden, das sind die Tastaturabkürzungen, dass sie einfach schneller an unser Ziel kommen. Möchtest du die haben, unten in der Videobeschreibung, kannst du die komplett kostenlos downloaden. Gerne kannst du die verwenden, einfach ausdrucken, auf den Schreibtisch legen, dann hast du sie. Genau. Gut, weiter geht's. Also, jetzt haben wir nochmal D für die Bemaßung und bemaßen das Ganze mit einem Abstand von 6 und 6 mm, dass die Bohrung da sauber weg sitzt. So, wenn wir das Ganze einmal haben, gehen wir hin und brauchen das 4 mal. Das heißt, wir sagen, erstelle eine rechtliche Anordnung von unserem Kreis. Einmal hier lang und einmal hier entlang. Dann sagen wir, wir brauchen das nur 2 auf 2 mal. Sagen okay und haben dann hier sozusagen unsere Bohrplatte fertig. Dann noch einmal E für die Extrusion, dann extrudieren wir unsere Bohrplatte um negativ 10. Und, ah, das ist fast, obwohl, das kann schon ein bisschen Stabilität gebrauchen. Und dann gehen wir hin und sagen nochmal F für die Abrundung und schnappen uns jetzt dementsprechend hier einmal die Ecken und runden die jetzt auch nochmal so weit ab, dass wir jetzt hier eine saubere Sache haben. Sehr schön. Jetzt ist natürlich so eine Bohrplatte relativ dick und nicht gerade so ästhetisch. Wir können das jetzt einfach mal lassen oder wir können das Ganze noch in eine Schale hinzufügen und sagen jetzt hier unten änderne Schale hier drauf und dann sagen wir zum Beispiel 4 mm Schale. Dann haben wir hier das Ganze noch ein bisschen dünner. Gut. Dann können wir hier oben nochmal ganz kurz einen Millimeter draufsetzen. Dann passt das auch. Und jetzt gehen wir hin und verbinden das Ganze einmal. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir uns das hier anschauen, unsere STL-Datei, die hat hier so eine abgerundete Kante und das Flache sollte ja eigentlich schon da oben sitzen. Jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wir schneiden die STL auf, setzen sie nach unten und verbinden sie dann. Die zweite Möglichkeit, wir verschieben unseren jetzigen Körper so weit nach oben, dass er das abdeckt. Ist in diesem Fall einfach möglich, weil unsere Schale dicker ist, also die Fläche, die wir hier haben dazwischen, dicker ist, als was die Abrundung ist. Also wir schauen uns das erstmal an, wie wir die STL-Datei jetzt erstmal vorverarbeiten, runtersetzen und dann verbinden wir das Ganze. Genau. Dann zeige ich euch etwas, was ihr auch überall anwenden könnt. Das heißt, ich gehe auf Netz, Konstruktionsversatzebene, schnappe hier meine Ebene, schaue es mir von der Seite aus an und sage, okay, ich würde es gerne hier abschneiden. Und sage okay. Dann gehe ich hin und sage, Ebenenschnitt, das ist meine Körper, das ist meine Schnittebene und ich sage keine Füllung, sondern einfach eine einheitliche Füllung bitte am Ende und sage okay. Jetzt sehen wir, unsere SCL-Datei ist wieder gefüllt. Das heißt, wenn ich das hier einmal ausblende, die Konstruktions-Ebene ausblende, sehen wir, ist das hier gefüllt. Jetzt müssen wir das aber wieder runtersetzen auf die andere Ebene. Das heißt, jetzt kommt das Verschieben, Kopieren, wir schnappen uns das Ganze, blenden unseren Körper ein und verschieben das Ganze jetzt um diese eineinhalb Millimeter und sagen okay. Dann gehen wir hin und sagen, konvertiere meine aktuelle Körper in eine SCL-Datei über das Tesselieren. Wir sagen okay. Dann gehen wir hin und sagen, kombiniere mir diese und diese Datei. Jetzt haben wir jetzt zwei Sachen. Wir haben eine Zusammenführen und wir haben Kombinieren. Was ist der Unterschied? Naja, wir können zusammenführen, da würde er eine Struktur, die von der ersten SCL-Datei aber in der zweiten SCL-Datei vorhanden ist, noch mitbehalten. Beim Kombinieren, Verbinden, wie wir es bereits kennen, ist das einfach, wie wir es einfach kennen aus dem Volumenkörperbereich. Er macht einen neuen Körper draus. Das machen wir jetzt. Wir drücken hier einmal okay. Das kann je nach Größe eures Bauteils ein bisschen länger dauern und dann ist das Ganze hier einmal fertig. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere GoPro-Halterung auf eine neue Fläche gesetzt und jetzt können wir uns natürlich mit einem Prüfen, Analyse, Schnittanalyse das Ganze einmal anschauen. Und wir sehen, ich sage jetzt mal hier okay, dass das Ganze hier sauber verbunden ist zwischen den beiden. Und so ist das, habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu bearbeiten. Natürlich hatten wir jetzt noch gesagt gehabt, wir wollen noch ein Loch in der Mitte reinbohren, um das auch einfach uns nochmal anzuschauen. Dafür gehen wir hin und sagen wieder Volumenkörper, neue Skizze. Die Skizze soll jetzt wieder hier drauf liegen. Durch Zufall liegt das natürlich jetzt alles genau im Mittelpunkt. Sagen wir, da soll jetzt ein Zehnerloch drin sein. Und wir sagen jetzt einfach mal E für die Extrusion. Das soll jetzt einmal nach oben gehen und einmal auch nach unten. Also machen wir das Ganze symmetrisch. Perfekt. Sagen okay, gehen wieder in den Netzbereich und das ist dasselbe wie vorhin. Wir sagen wieder Tissillieren von diesem Körper hier und sagen okay. Und dann sagen wir kombinieren Zielkörper, Werkzeugkörper, ausschneiden, okay. Und schon haben wir da ein Loch. Also Fusion wird das Ganze jetzt ausschneiden. Die offenen Flächen wird es wieder verschließen. Somit haben wir eine geschlossene STL-Datei und wir haben ein Loch in der Mitte noch. Genau. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. War vielleicht so eine kleine Anleitung das Ganze, wie ich eine STL-Datei bearbeite und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.